Ich habe schon mal ein bisschen was für euch vorbereitet und zwar beim Nasdaq. Und das Interessante ist, es ist ein wunderschönes Beispiel, wie man sich so ein bisschen der Situation nähern kann mit der Überlegung, wo stehen wir denn gerade, wie sieht das aus. Das ist jetzt ein bisschen zurück in der Zeit, aber ich will euch mal genau dieses Beispiel, was wir hier eben eingezeichnet hatten. Der Kurs ist von oben ja ordentlich runtergekommen, das ist nichts Neues, da haben wir drüber gesprochen, Schub runter, wackelig hoch und so weiter. Und wir sind hier nach oben gelaufen und dementsprechend wieder die falsche Richtung. Wir müssen also davon ausgehen, dass das Ganze noch nicht auf dem richtigen Weg nach oben ist. Dafür sieht die Bewegung nach oben einfach zu schwach aus mit zu vielen Kursüberschneidungen, was nicht ein gutes Zeichen ist für so sieht es aus. So, dann ist natürlich schnell die Frage, also Shorten jetzt in der Situation, wenn das ja doof aussieht, dann ist es ja ein Short. Aber wir sehen diese Situation hier hinten, ich zeichne das jetzt hier mal so halbwegs so ein, dann seht ihr, das ist abwärts, ganz klar abwärts, aber auch abwärts ist nicht die richtige Richtung. Und deshalb eigentlich zu vermuten, dass es sogar noch mal nach oben geht und so ähnlich ist es dann auch gekommen. Also da stehen wir jetzt, das ist jetzt das aktuelle Bild. Also nicht jetzt, um zu zeigen, guck mal, wie schön ich das gekonnt habe, sondern damit ihr nachvollziehen könnt, wie ihr euch das zunutze machen könnt, wenn ihr seht, ob irgendwas stark ist oder ob irgendwas eben sich schwach bewegt. Und schwache Bewegung, merken wir uns, sind Korrektivmuster dreiwellig oder mehrfach mit Kursüberschneidung, das sind alles keine besonders guten Zeichen für, jawohl, wir haben richtig Lust. Ihr seht es so, die letzte Zeichnung hier in blau, es ist aufwärts alles andere als jetzt wirklich überzeugend. Ich kann mir zwar vorstellen, dass es noch weiter klettert, aber ich glaube, aktuell ist das noch der falsche Zeitpunkt. Wir sind noch nicht da, wo der Kurs eigentlich sein müsste, was die Korrektur angeht. Ich hau mal einen Nagel in die Wand. Wir sind hier einmal runter, wir hatten hier eine Korrektur und diese hier, die ist korrespondieren von der Größe. Vielleicht geht es dann noch mal einmal runter. Aber nachdem wir so stark runtergegangen sind, müssten wir eigentlich, das zeichne ich jetzt im 4-Stunden-Chart, bald anfangen. Vielleicht geht es, wie gesagt, noch einmal runter, aber bald anfangen, hier irgendwie in diesen mittleren Bereich wieder reinzulaufen. Also für die nächsten Stunden weiß ich nicht, ob ich wirklich die Long-Seite so favorisieren soll. Dazu gefällt mir genau dieses Muster, was wir hier haben, noch nicht für die Long-Seite. Ich mag deshalb völlig falsch liegen, würde aber jetzt aktuell halt auch nichts tun. Das ist vielleicht so eine der wesentlichen Aktivitäten, die man als Marktteilnehmer hat. Immer dann, wenn es doof aussieht, einfach nichts tun. Und das sieht halt nun mal doof aus, also machen wir an der Stelle nichts und sind da halt auch nicht wirklich aktiv. In diesem Bereich. So, das heißt, abwärts fände ich noch mal ein bisschen gut. Anschließend warte ich aber sehnsüchtig drauf, dass wir diese zugegeben sehr starke Abwärtsbewegung korrigieren. Dass wir da eine Gegenbewegung haben. Zum Beispiel in dieser Form. Kann auch natürlich A, B, C sein. Also in irgendeiner Form dieser Art. Alles würde mich dazu verleiten, wenn wir sowas haben, später noch mal zu shorten, wenn wir diese Zwischentiefs, das letzte Tief, also das Zwischentief, was wir hier haben, wenn wir das noch mal durchstoßen mit so einer Erwartung. Also Einstieg wäre dann quasi da, wenn dieser Bruch dann da passiert, an der Stelle. Das wäre der Fall. Jetzt weiß ich aber blöderweise gar nicht, ob er tatsächlich hier wackelig hochkommt. Was wäre denn, wenn er sowas macht? Dann ist meine Vorstellung falsch, hat sich da nicht bestätigt. Aber es gibt dann auch keine Chance, null, an der Stelle in irgendeiner Form aus Versehen doch geshortet zu haben. Naja, ganz so ideal ist es nicht. Es gibt manchmal schon Situationen, wo man es nicht so gut auseinanderhalten kann, wo man dann doch shortet und nachher sagt, na, hättest du mal sein lassen. Aber häufig ist es so, dass man es ganz gut auseinanderhalten kann, sodass man sehen kann, okay, es ist zumindest mal vorläufig jetzt noch nicht die Short-Richtung. Im Gegenteil, wenn wir sowas sehen und er dann entsprechend die Korrekturen nach unten macht, sind das wohl eher Fortsetzungen nach oben. Und insbesondere gut zu handeln, wenn das die erste ist, dass die zweite ist und dann die dritte. Denn die dritte ist sehr gerne so lang wie die erste nochmal. Also ungefähr so müsste das aussehen. Vielleicht sogar länger. Die darf deutlich länger sein, aber meistens nicht viel kürzer. Aber sagen wir es mal so, wie die vorausgegangene Welle, die erste Welle da nach oben. So, also insofern, das mal so als Idee. So richtig glücklich bin ich im Moment nicht. Aber man muss sich auch überlegen, ob man jetzt kurz vor Weihnachten da nochmal richtig super aktiv werden sollte. Wir sehen, dass auch der S&P 500 hier als Future-Kontrakt ES in der Aufwärtsrichtung ganz schön überschneidend ist. Guckt euch mal an, hier diese vielen, vielen Gegenbewegungen, alle mit Überlappung. Ja, es geht hoch. Ja, aber man hätte mit Lungen Geld verdient. Ja, aber es ist halt eine doofe Richtung. Also die Richtung ist egal. Aber es ist halt die schwache Richtung. Und ich handel nicht gerne die schwache Richtung, weil die Gefahr, dass sich das verhungert und dann schnell in die Gegenrichtung bewegt, ist verhältnismäßig groß. Und wenn wir eins nicht leiden können, ist, dass der Markt sich schnell in die falsche Richtung entwickelt. Und deshalb ist das für mich etwas, was ich dann halt auch gerne verpasse. Ich weiß, das ist immer super unbequem, weil man sagt, ja, aber ich will den doch handeln. Ich will doch einfach nur den Gewinner machen. Ich kann den Wunsch sowas von nachvollziehen. Ich halte dieses Vorgehen aber für nicht so toll. Erstens mal bewegt man sich mit der langsamen Bewegungsrichtung. Zweitens ist man unterwegs gegen die schnelle Bewegungsrichtung. Drittens ist man unterwegs meistens mit kurzen Zielen. Und das ist dann stopptechnisch, also Risk Management mäßig, nicht sinnvoll mehr umzusetzen. Das so als Gedankengang dazu. Dow Jones ist von der Bewegung grundsätzlich genauso. Also ihr seht, auch wenn wir die jetzt alle in der umgekehrten Reihenfolge durchmachen, die Aufwärtsseite. Ja, sie gilt aktuell, aber sie sieht nicht optimal aus, aus meiner Sicht. Ich würde mich notfalls noch breitschlagen lassen, wenn die Gegenbewegung, die Korrektur jetzt noch viel langsamer, also flacher ist. Aber meistens sage ich mir, wenn der Teil nicht gut aussieht, dann gehe ich hier auch nicht irgendwo long auf die Gefahr, dass ich es verpasse. Aber irgendwas, was so semioptimal aussieht, gefällt mir nicht. Schön ist es, solche Bewegungen wie hier, die ganz klare Bewegung haben, wo die Gegenbewegungen weit voneinander entfernt sind, auch hier im kleineren weit voneinander entfernt sind. Das macht einen guten Eindruck. Das, was ich hier sehe, macht keinen guten Eindruck. Deshalb finde ich die Abwärtsrichtung nach wie vor gut, mit Pause, ohne Pause. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass wir das Ende der Abwärtsbewegung da noch nicht komplett gesehen haben. Wir also noch damit rechnen müssen. Vielleicht ja sogar noch am heutigen Mittwoch. Das werden wir allerdings tatsächlich noch sehen. Wundern würde es mich aber nicht. Wann würde ich einsteigen? Was ist für mich da der Einstiegspunkt? Wie gesagt, hier jetzt für die Longseite wahrscheinlich gar nicht. Höchstens im ganz Kleinen. Wenn ihr natürlich so eine Bewegung seht und irgendwie sowas und sagt, das ist korrektiv, dann könnt ihr natürlich sagen, naja, solange es korrektiv ist, dreiwellig, kann ich ja noch ein kleines Stück gehen. Aber dann sind wir wirklich hier auf den kurzen Ebenen unterwegs. Das müsst ihr euch bewusst sein. Da ist ja nicht schlimm, wenn ihr sagt, machen wir mal das Extrem, wenn ihr sagt, ich mache einen Minutenchart und ihr findet dort irgendwelche Bewegungen, die in eine Richtung stark sind und in die andere Richtung relativ schwach sind, dann kann man natürlich sagen, dann kann man natürlich sagen, es geht noch mal weiter. Denkt aber dran, wenn der Kurs schon eine Weile läuft, sind die Ziele relativ begrenzt. Also sprich, wenn er dann dieses Zwischenhoch durchstößt, ist ziemlich wahrscheinlich, dass er das noch mal durchstößt. Aber für mehr ist es dann eben nicht mehr. Und in diesem Fall wäre mir das Missverhältnis zwischen Stoppweite und Zielweite einfach nicht attraktiv genug für den Handel. Aber solange die eine Seite stark ist und die andere Seite halt schwach ist, ist die Abwärtsseite, in dem Fall die schwache Seite, nicht die richtige und die Aufwärtsseite die richtige. Wenn ihr dann also irgendein Signal findet, das kann auch ein Kerzenmuster sein, das könnte vielleicht ein Lieblingsindikator, den ihr verwendet, sein, dann habt ihr immerhin die Idee, okay, Long scheint noch die bessere Richtung zu sein, denn die Abwärtsseite ist eben einfach noch die, in dem Fall jetzt, was ich gezeichnet habe, hier die schwache. Also ihr seht, im Minutenchart, 5 Minutenchart, irgendwie sowas in der Richtung, kann man dreiwellige Verhaltensmuster durchaus identifizieren und sagen, wieso, da kann ich doch noch mal was machen, wenn er hier diese Marke bricht. Dann bin ich da doch noch ohne weiteres mit dabei. Also da bin ich nicht grundsätzlich dagegen, das zu tun. Starke Bewegungsrichtungen, möglichst korrektiv, dreiwellig der Bruch, dann ja vorläufig eher noch mal die Longseite. Aber die Ziele sind begrenzt, man kann nicht so gut sagen, wie weit das dann nachher läuft und deshalb sollte man dann überlegen, den Stopp auch vielleicht enger ranzuziehen. Wie man es macht, macht man es eh verkehrt, aber so hat man zumindest eine Grobtendenz, in welche Richtung der Markt geht. Aber eine Stufe übergeordnet, wollen wir nicht den Minutenchart so sehr jetzt glorifizieren, der ist für viele nicht sinnvoll umsetzbar. Das, was wir hier an Aufwärtsbewegungen haben, ist noch nicht so richtig der Burner im Gesamtbild, im übergeordneten Bild. Deshalb, ihr seht die Andeutung, eigentlich noch mal runter, würde mich nicht so sehr wundern. Shorts sehe ich allerdings im Moment auch noch nicht, jetzt pauschal zu shorten würde ich auf keinen Fall. Wenn er aber im Laufe des Nachmittags vielleicht so was macht, bin ich schon mal verdächtig, also nicht ich, sondern der Markt. Dann, wenn so was hier passiert, dann wissen wir, oh, schwach nach oben und dann wäre der Bruch für die Short-Seite. Das könnt ihr auf jedem dieser Märkte natürlich dann anwenden und auf jeder Zeitebene grundsätzlich für Intraday wäre 5 Minuten, 15 Minuten vielleicht da nicht die schlechteste Idee. Okay, der DAX ist, was den Aufwärtstrieb angeht, noch mit am besten unterwegs. Wenn ich hier jetzt mal den DAX-Index, gehen wir mal sogar auf den Future, dann ist der zumindest noch einigermaßen gut. Der Future ist da nicht ganz so sauber. Klar, da ist nach der Nachthandel mit dabei. Da sind wir nämlich auch in den Gegenbewegungen überschneidend jetzt hier. Also so richtig doll ist es nicht. Gehen wir nochmal auf den Index zurück. Da würde ich ja fast schon sagen, nee, das ist bisher noch ganz in Ordnung. Nee, das wollten wir jetzt nicht. Den hier, zack, dann war hier Pause. Dann haben wir hier, das ist überlappungsfrei. Wenn er jetzt hier mal eine Pause macht, also den DAX kann ich mir noch am schönsten vorstellen auf der bullischen Seite. Für den Long bräuchte ich aber wieder einen Rücksetzer auf die Hälfte der Höhe. Ihr erinnert euch, ich habe es ganz häufig gezeichnet, um dann da einzusteigen. Das wird sich länger hinziehen. Der heutige Tag ist beim DAX-Index ja schon fast rum. Also das wird erst was für die nächsten Tage, vielleicht auch erst nach Weihnachten. Je nachdem, wie lange sich diese Bewegung dann hinzieht. So, ich hoffe, dass euch das ein bisschen eine Anregung ist, wie ihr auf die Märkte guckt. Viele wünschen sich ja immer, nee, ich will eigentlich gar nicht, dass du quatschst. Sag mir einfach, soll ich kaufen oder soll ich nicht kaufen? Das ist so ungefähr so, als ob ihr sagt, kannst du mir mal die Lottozahlen von Sonntag schon mal vorhersagen? Mehr will ich ja gar nicht. Und wenn du mir das nicht tust, dann hilft mir das nicht. Nein, ich kann euch die Lottozahlen nicht sagen. Ich kann euch aber sagen, wie man einen Lottozettel korrekt ausfüllt. Na, ob die Analogie jetzt so richtig stimmt, weiß ich nicht. Aber in dem Sinne wisst ihr dann in etwa, wie ihr eure Positionierung vornehmen könnt, in der Hoffnung, die Chancen bestmöglich auf eurer Seite zu haben. Naja, drücken wir mal die Daumen, dass euch das gelingt. Wir sehen uns mit diesem Video morgen wieder. Bis dahin macht's gut, liebe Grüße.